hallo seid gegrüßt zurück in planet kraft jawohl das sieht doch schon ganz anders aus da fängt jetzt richtig schön an vor der hütte das ist das von mir das raumschiff interessant schön ist grün zu grün habe ich ein reisen fehlt dann mache ich erst mal eine normale kiste halt ich da muss mich immer erst hin drehen und vergesse es so jetzt dann schmeißen wir raus was geht hier den rest mache ich hier rein wenn es geht habe ich voll eis nein drei hätten noch platz jetzt nehme ich mit dann gehen wir rüber und holen den rest und dann bauen wir die putze hier ab mit dem material können wir den rest machen schön mit ruhe einkehrt ja das sieht doch gut aus das material ohne ende hast du dann also die eisen wurde gerade gesäugt apropos besäugt ich mache den schrank und schmeiß alles rein lasst uns noch eine kiste machen fürs essen eventuell da gibt es einen schrank ja sonst habe ich hier alles durcheinander mit kobalt werde ich auch mal darüber das ist ja jetzt gerade nicht viel was ich habe ne hallo das eis müsste noch dich nehme ich noch raus du wirst noch besamt das habe ich nicht wirklich gesagt oder nein das war nicht ernst also ich hoffe ich sollte ich das machen geht ja auch nicht ne also ein magnesium und alu magnesium und alu habe ich doch auch nur eins oder ja aber eins zu viel lasst uns noch ich meine kann ich das einsehen irgendwie oh entschuldigung was ist das bin ich erschrocken joa ok nichts für ungut wo mache ich dich hin das ratsam so viel in einem eck vielleicht ein bisschen mit abstand und schon ist soweit dann hätte ich ganz gern dich alu eisen magnesium silikon alu eisen silikon magnesium silikon 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 oh jetzt hat es aber eisen magnesium hallo silikon jetzt einfach zwei von jedem mit ich gehe darüber und stelle die dahin auf auf die seite und erstmal drehen halt hier ist er hier ist er nein da muss ich drehen alles gut dann in einer flucht in etwa alles wieder an ja alles geht wieder kann ich das lassen joa sieht gut aus bewässerung niedrig also es heißt in dieser stunde material besorgen das haus noch unsere putze klein bisschen schöner machen ein klein bisschen und dann geht es wahrscheinlich morgen weiter aber wir haben ja noch eine stunde bitte mich gleich verzagen jetzt erstmal das noch holen langsam kommen die inseln sehr schön oder toll 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 echt toll ja 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 und dann ja gibt das halt denn im hinteren bereich aber wahrscheinlich nicht wir müssen in die mitte quasi hier das lager stellen eine reihe und auf der anderen seite eine reihe und den schränken hier das wären dann neun stück neun achtzehn stück achtzehn schränke in die mitte genau so wird es wohl aussehen komm schmeiß mal raus und dann sortieren dann weißt du was raus gehört ganz einfach hab ich ein wasser oh halt mach kurze panikattacke frag mich nur warum haltet mit dem wasser ist schon irre oder die lagen habe ich vorne oder du kommst hier raus also so dann mach wasser komm ach so ja ich bin ja hier am verdursten oder ständig. So. Kobalt, Eisen. Eigentlich... Ja, so mache ich es. Ich mache die Schränke dann hierher. Okay, lasst uns rübergehen in die alte Putze. Ach, da ist ja noch eine Putze. Jo, da sind ja noch Schränke. Mann, das habe ich gar nicht gesehen. Nicht mehr dran gedacht. So war es. Das reicht gerade. Sehr gut. Dann werde ich doch tatsächlich hier beginnen. Mit Iran. Iridium. Iran. Das war der Mann. Iridium. Komm, das machen wir. Eins. Komm mal, wie geht's? Eins. Ich muss gerade gucken. In etwa zwei, drei. Ne. So. Iridium. Iridium. So. Dann ist mal eins wenigstens versorgt. Dann den nächsten Schrank. Aber echt den blödsten Ausgang. Aber, äh, ja. Alles nehmen. Das reicht nicht. Jo, neuer Bauplan erhalten. Bio-Labor. Yes. Wie cool. Bio-Labor. Boah. Super Legierung. Äh. Osmium. Äh. Okay. 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 So schnell schießen wir doch nicht, ne? Sieht nicht so einfach aus. Gib mir drei. Ja. Neuer Bauplan erhalten. Live from the sky. Wow. Es fängt an zu regnen. Schon wieder? Oder wie? Was war das für eine Antenne? Ja, jetzt schudelt es aber rein, ey. Atmosphärischer Wassersammler. Höh. Jo. Den brauche ich. Den brauche ich. Den brauche ich sofort. Habe ich noch eine Superlegierung? Die mache ich jetzt hier. Okay, lasst uns eine Superlegierung machen. Kobalt. Magnesium. Silizium. Äh. Kobalt. Magnesium. Silizium. Titan. Kobalt. Titan. Magnesium. Silizium. Und noch in Alu oder noch was? Ja. Tatsächlich. Eigentlich von allem, ne? Mach mal eins. Juhu. Geil. Warnung. Nahrung niedrig. Nahrung niedrig. Ja, ja. Jetzt ist ja gut. Ich kann ja. Aber ich muss rüber. Und die andere... Moment. Moment. Wo war ich stehen geblieben? Mir geht der Saft aus. Ich schwöre es. Leute. Mir geht der Saft aus. Lithium. Magnesium. 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 Was das? Kobalt. Und dann habe ich ein atmosphärischer Wassersammel. Jo, den würde ich ganz gern nach oben machen. Yes. Ja, das ist der blödste Eingang. Aber was soll's. Das muss anscheinend so sein bei mir. Dann hätte ich ganz gern ein Kobalt und ein Eisen. Ja, und eine Treppe. Oder eine Leiter. Innenleiter. Ja, und dann einfach so, weil's schön macht, der Strom. Ah, da geht's sicher aus. Ah, jetzt fällt mir der Kobalt. Hallo, hä? Kobalt. Kobalt. So. Geiser. Wow. Doch, nicht aufsach. Äh. Hört euch das Riesenteil an. Wo bin ich? Ich meine immer, ich sag ein hier. Wow. Aber ein Wassersammler gehört doch aufs Dach, oder nicht? Ich mach den jetzt an. Ah ja, das war schon klar. Äh. Ja, wow. Hä? Wasserflasche. Still dein Durst. Wie viel fehlt mir? Ja, ich muss die Bildschirme herholen. Jetzt hat's Zeit. Jetzt bauen wir mal ab. Ich will ihn, ich will ihn, ich will den, ich will den. Sicher. Ich möchte ihn sogar sehr gerne. Und zwar... Lichtliegend. Hallo? Geht das? Also, ich... So, dass ich die Leiter in die Mitte nehm. Ah, da bin ich hier drüber, ne? Wenn ich noch weiter zurückgehe, falle ich runter, ich weiß. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Bösserung niedrig, dann... Titan. Was braucht das? Ah, okay. Oh, es reicht nicht. Oh, leu. Alter, es war falsch, oder? Das... Das braucht noch mehr, oder? Das ist falsch. Ich brauche einen Solar noch. Aber jetzt erst mal einen Windrad. Reicht nicht. Ich baue den wieder ab. Da muss warten. Ich... Boah. Tut mir leid, Junge. Du musst weichen. Ob die alles angeht. Yo. Woop. 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 Nee. Erst mal den Bildschirm her. Das geht nicht. Cool. Okay, es geht, aber... Ich hoffe, ich bin ein bisschen heftig. Erst mal... ...dorück mit der. Es wird... Es wird... Es wird... Es war jetzt aber auch von Intelligenz geschult. Die Essen mussten... Die sich jetzt eh mal verpusten, ne? Das ist egal, oder? Würde ich sagen. Das ist okay so. Halt da drüben. So. Da ankommt... ...der Kobalt hier rein. Das Essen raus. Wo habe ich noch Essen? Da war doch noch. Ah ja, natürlich am letzten. Da rein. Cool. Achtung, das muss ich mir mal angucken. Okay. So. Dann, wie war das? Ich glaube, wir müssen uns einen Schreibtisch machen, ne? Stell dich mal hier hin. Mein Phallus, ne? Und... Wir gehen mal rüber und holen die Bildschirme her. Dann heißt das, wir müssen uns ne... Ein bisschen Büro einrichten. Was wollt ihr? Ein Schreibtisch oder ein... Tisch? Erstmal ein Schreibtisch. Wohin? Mit Aussicht, oder? Ins Grüne. Ja, das sieht gut aus. Da mache ich dann den Bildschirm hin. Und dich auch. Den Phallus. Oh, komm her. Den hätte ich gern hier. Halt, so geht's ja. Ja gut, dann halt in die Mitte, ne? Nicht ganz in der Mitte. No, no. Ist nicht gut. Es regnet. Ah, der würde mir das Wasser sammeln. Mann. Mann. Aber ich habe ja keinen Saft. Da geht ja der Saft aus. Solar. Solar, solar, solar. Scheibe. Eisen, Magnesium, Silizium, Kobalt. Eisen, Silizium. Alles durcheinander. Silizium. Ich brauche den Wassersammler. Hopp, 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 hopp. Ich brauche den Wassersammler. Ich brauche den Wassersammler. Ich brauche den Wassersammler. Eisen, Kobalt, Alu und Superlegierung. Ah, kein Kobalt mehr. Gibt schlecht aus. Leute, ich hab kein Kobalt mehr. Bisschen übel. Doch, da. Ich wollte ihn jetzt so schnell wie möglich platziert haben. Aber cooles Teil, oder? Yo, sammel, sammel, los. Ich brauch Wasser. Mach hin. Geil. Echt cooles Teil. Oh, doch, Regen, Regen, weiter. Oh, nee. Das lässt noch. Mal gucken, ob es was gegeben hat. Nicht. Still dein Durst vollständig. Energie, minus 13,2 Kilowatt-Bohr produzieren. Zionszeit, 150 Sekunden für eins, anscheinend. Ja, das war zu kurz, zu kurz, zu kurz. Wie schaut's denn aus? Jetzt kommt Kobalt. Das haben wir, Mangel. Nicht nur Eisen. Mir geht's gleich. Silizium auch. Wieder an Sauerstoff. Geh rein. Und dann müssen wir rüber zum Essen. Ja, bin da. Oh, halt. Da, bitte, bitte. Ja, als Sauerstoff hab ich doch, oder? Ja. Mach's mal raus. Ähm. Ja. Egal, oder? Silizium mach ich wieder hier rein. Ah, Kobalt muss raus, ja. Kommt, ich schmeiß hier rein. Ja. Lass uns rüber gehen. Ja, das ist, wie ich mich rein gefuchst hab. Richtig. Echt cool, oder? Boah. Iridium-Stab. Uran-Stab. Raketenantrieb. Okay. Jetpack. Ermöglicht das Fliegen in der Luft und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Echt? Ich muss das machen. Ja. Ja. Ich könnte das machen, oder? Ich hab... Iridium sind's neun, wo ich brauch. Und für Zupra-Legierung, die krieg ich ja zusammen. Und Iridium hab ich... Wo sind die? Hab ich die noch drüben? Da hab ich's. Ah. 15, 15, 20. Ne? Das wird grad reichen. Aus dem Bit sind wir hier an der Höhle. Da krieg ich ja... Also, lasst uns rüber zum Essen. Was hab ich jetzt da noch? Komm mal raus. Ja. Raus. Komm raus. Geht das auch, wenn ich's... Ne, kann ich... So. Jetzt endlich hat's Platz gegeben. Sehr schön. Der Einsame. Das war ein Fehler. Eigentlich muss das so stehen, ne? Ja. So. Ups. Upsi. Die hab ich ineinander geschoben. Aber geht. Komm mal raus. Das sieht doch schon mal so ganz geil aus, oder? Hängt doch schon mal an. Oder müsste ich die Gänge so stellen, dass ich sie quasi so zueinander stelle? Hier, eins von da eins eingenehm und da, dass ich in der Mitte durchgehen kann. Ihr versteht's? Hat irgendwo Sinn, oder? Ne? Das versuch ich jetzt. Ne? Ah, ja. Okay, hab ich jetzt da was rein, ne? Sorry, ich hab das Mikrofon vergewaltigt. Ich versuch das. Ich versuch das. Yo, die Hüte war nicht weg. Ja. So. Ja. Ja, 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 ja. Ist schon erledigt. Schon. Das so ist, so ist, so muss das sein. Ne? Logisch. Ah, ja, alles andere ist ja... Puh. Blödsinn. Meines Erachtens. Ja. Das sind eins, zwei, vier, sechs Einheiten. Zwei, vier, sechs. Das ist zu viel. Ist zu weit. Zwei, vier, sechs. So. Da kann grad drauf. Ist zu weit vorne. Okay, auch zu weit vorne. Soweit, ja. Ah, bis man es hat, wie man es haben möchte, ne? Zwei, vier, sechs. Das müsste es aber sein. Hallo? Warum gehst du nicht? Hä? Hä? Warum? Ah. Ja. Es geht nicht. Weil das ja nicht der Viererblock ist. Darum... Es geht nicht. Ich muss das wegmachen. Das alles. Die Reihe. Und muss nochmal so ein Viererblock fahren. So ein... Wie heißt der? Ja. Großes Wohnmodul. Ja. Das muss dran. Unbedingt. Dann geht das mit dem... Durchlaufen. Das wird auch... Sieht richtig... ...dann aus. Ich habe ja nichts gegen nichts, ne? Etwas. Aber... Das muss sein. Mir egal. So. Dann brauche ich zwei Supraligierungen. Die brauchen alles. Erst muss ich das Essen holen. Bevor es jetzt noch mehr Probleme gibt. Ich muss das Essen haben. Moin, moin. X-Boss. Hey, X-Boss. Danke für deinen Follower. Vielen Dank. Sei gegrüßt. Hallo. Was hast du gemacht? Hast du auch gezockt? Kommst du auch vom Zocken? Oder... Genießt du den Abend? Den Abend halt. Moment. Die Nacht. 23.32 Uhr. Ist ja schon spät. Ich bin gerade am austesten, was ich machen will und wie ich es machen möchte. Und ich habe ständig... Oh, jetzt muss ich aber was unternehmen, weil sonst bin ich tot, ne? Das heißt, ich gehe jetzt kurz rüber. Da müssen wir alles abbauen. T riskant. So. Dann.